ja klar ins bett gelegt das war doch eine dinge corona party kannst du erzählen was du willst inszenierte corona party ja sicher zwei drei gute sprüche also jetzt ja zu gut kann heute scheiße laufen ist immer premium dann so viele zuschauer die meisten mann natürlich im blog denke ich mal eben gar nicht scheiß egal aber trotzdem das wird immer mehr 200 bis so ein partner was auf 200 ist ein partner 200 was follower nein okay dann dauert ein partner eine brot 75 jahre im schnitt über 30 tage oder 60 tage dann bist du partner natürlich noch bessere konditionen privilegien und so weiter also wie früchte fallen die und dann sichtkontakt jetzt beginnt der richtige kampf trotzdem gut wenn man bedenkt wann du angefangen hast ja ich mach da überhaupt keinen das war das habe ich gerade gemacht gesagt easy peasy gleich warum kann ich noch voll cheesy ach opa jetzt nicht alter gerade jetzt zock ich muss warten ich halte Stunde muss ja mal zwei stunden warten ja wieder auf erstehung aber sie zeigen aber nix an doch spüren Das war's. Ich verpiss dich, Alter. Verpisst du dich, du? Kleiner Pissfleck, echt. Ficke Fehler. Bubi, Mann. Schwanz durch. Wir sind abgesprungen hier oben. 2 Mann. Ja. Einen hab ich. Ja. Markiert unten. Ja, da kommt der Runde. Der ist hinter dir. Ja, hab ich gerade gesehen. Das ist ein Idiot. Oben einer gelandet. Da oben ist noch einer. Ja. Auch gerade gescheitert. Deine Zeit ist so. Das Gas kommt. Der Panorama im Leben oder alle down? Ja. Leben noch. Hat sich nach hinten verpissst. Oben. Feindlicher Soldat, hier ist nur einer gelandet. Da oben. Juden. Stone. Okay. Erst der Etage. Markiert. Ja, ja, ja. Scheiße, hat mich. Vollidiotenzone. Kann man verschwinden. Oh mein Gott. OMG. Ich bin verreckt dein Gas, der Vollidiot. Das wird dann jemand schaffen. Ich bin auf dem Schiff. Spasti, Alter. Echt. Ich soll hier mal was testen, hast du? Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Das wollte ich ja auch mal testen. Jetzt müsste eins eine andere Stimme sein, oder? Nein, kein Fass. Ja. Das Gas weitet sich aus. Hatte. Die Drohne verlegt. Lass mich in Ruhe. Das ist kein Fass. Das antwortet mich. Kannst du mich hören? Ja, ich höre sie. Deine super. Volle Stimme. Die Drohne, lass ja so machen. Du bist anstrengend. Feindliche Drohne ist aktiv. Ich bin mit dem Schwerst hier oben. Ja, ich hab's wieder aufs gemacht. Ja, super. Aber ich wollte es nochmal testen. Mensch, ich hab doch gesagt, wir wollen es mal offline testen. Unbedingt. Was ist doch lustig. Voll. Kann sich schon mal was gefasst machen. Voll. Ist alles free oder was? Ja. Ja. Schau nach hinten. Nicht, dass er von unten rummere ich hierfür gekommen. Ist unsere Ausrüstungstieferung auch safe? Ja, kannst du holen. Kannst du ja mal vielleicht aus dem Fenster lupen. Nein, ich luk auf dem Dach aus. Alles gut aus? Ja, hab alles. Weil einer hat das nämlich auch gemacht im Stream, ne? Und da haben die das gefeiert, alter. Stream ist das dann lustig. Leider bleiben die Leute. Für dich anstrengend. Ich weiß, aber... Na, du musst du durch. Ja. So für anderen Partnern, ne? Zum Spielen. Nö. Du hast Verträge, mein Freund. Ich tanke mich schon langsam vorn. Ja. Ping mal an, wohin? Richtung Grün. Okay. Also, die Zone halt, ne? Ja, ich bin hinter dir. Um auf dem Dach. Oh, oh, mit davon. Der Ficker reingelaufen, oder was? Ja, hab ihn platt gemacht. Ich hab ihn auch gesehen. 22 Meter. Ja, ja. 22. Links, linke Seite mehr. Ja, ist ein mobiles Spiel. Hab den Sammelfont markiert. Dich? Links, drunter uns. Ja. Kamen wir? Ich hab keine 이lde mehr. Alter. Nein, wir landen im Einsatzgebiet. Mit der Kammer hatte geworfen. Ach, sie kannst du ihn holen? Ja. da ist einer drin ich bin oben beim blauen und nisse man noch einer kommt hinterher und ich wollte nun nur in alter und dann so eine 30 meter über uns mich hat er wollte schnell ist der alter das war eine kacke da werden so eine scheiße sich einfallen lassen erlebt noch ein scheiß häuschen oder ist eigentlich action in die liegen wir noch waffen dann lande ich da bei die hat sind ja ist auch neuner zu hast genug platten dass du vielleicht mir eine abgeben kannst dann zwei habe ich überlebe ich das reingehüpft ja danke hinter uns war ja hofis wo ganz hinten am steg und kann ja nichts kommen ob wir gleich mit der zone mit in die kunden rein mit hallo super nicht jetzt nicht jetzt gleich können wir reden 20 meter zwei meter unter mir ja ich bin ein habe ich getroffen unter mir ist noch einer über der kriecher scheiße sind da recht hinter dir unter du bist ein guter wir gehen da gleich raus ich gehe mal kurz zu weri ja weil sonst wird das nichts auch wenn die gut waren du weißt das oder ich warte mal wäre ich alleine okay ich auch lisa so alter schwitzen schützen schützen und gewinnst ja aber gut ich nur zum schluss reingekommen wenn einer ohne moon ohne alles wie denn das sind drei an diesen weg alles gleich immer kurz in die kiche kommen wir nicht wieder sehr gut